Jetzt fliegt der Serge. Serge fliegt unten und verstanden. Wir machen uns richtig. Komm mal, das geht so. Wir gehen jetzt mal unten. Wir gehen in die Richtung. Sieht schön aus. Nee, Hannover. Ja, danke. Ursprünger aus Hannover. Wir wohnen gerade auf Norderney. Mein Vater kommt aus Hamburg. Jetzt sind wir hier. Das ist doch Wahnsinn. Hier, soll mal, sieht man das Logo? Was? Sieht man das Logo da? Mit der Kamera von oben? Ist oben die Kamera? Da kommt das Ganze drin. Schau mal. Hier, der Junge, der ist ganz klar. Nein, der ist ganz vorne. Der muss nackt. Nein, ich? Dann fliegen die alle? Nee, nur er. Ja, dann rechts noch mal hier, die ganze. Alter, ist das krass. Danke schön. Danke schön. Jo, adios, Amigo. Woohoo! Woohoo! Hey. Hey, danke. Du willst ruhig? Huh? Du willst ruhig? Ja. Entspannend. Ja, okay. Du bist ruhig. Du bist ruhig. 近 myös. Du bist ruhig.